Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, was es mit diesem tollen Käfig auf sich hat. Da kommen jetzt zwei von euch rein. Natürlich die zwei Schlangen, das heißt Salvatore und Mia bitte einmal zu mir kommen. Ihr bekommt jetzt hier zwei Schlangen-Outfits. Ihr seid die beiden Schlangen. Eure Kollegen haben gewählt, die dürft ihr jetzt anziehen. Einmal bitte ums Eck geben. Einmal anziehen und dann bitte wieder direkt zu mir zurückkommen. Salvatore hinter Gittern, ja, fand ich eigentlich ganz gut. Hey! Schick seht ihr aus. Ihr kommt jetzt hier rein. Tja, das ist jetzt erstmal euer Zuhause in den nächsten Stunden. Wenn ihr Hunger habt oder Durst, dann müsst ihr eure Kollegen anbetteln. Und ich bin mal gespannt, ob die Gnädigsten euch auch was geben. Ihr habt hier eine Sanduhr, die wird insgesamt neunmal umgedreht. Das müsst ihr dann machen. Das heißt, wenn ihr länger braucht mit dem Umdrehen, dann verlängert sich auch die Zeit im Käfig für euch. Also schön nett sein, ja? Dann würde ich sagen, eure Zeit startet jetzt. Und die anderen bekommen heute ein tolles Wellness-Programm. Lasst es euch gut gehen und vergesst sie hier drin nicht, ne? Viel Spaß euch! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!